Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bevor das Video startet, wollte ich euch einmal bekannt geben, dass ich jetzt häufiger auf Twitch streamen werde. Ich möchte jetzt gerne hauptsächlich auf Twitch streamen und nicht mehr auf YouTube. Ich habe gestern auf Twitch gestreamt und vorgestern, gestern habe ich glaube ich dreieinhalb Stunden gestreamt oder sowas. Hat mega Spaß gemacht und vorgestern habe ich vier, fast viereinhalb Stunden gestreamt. War auch mega nice, auf jeden Fall folgt mir da auf Twitch, der Link ist in der Beschreibung. Ich heiße dort MantelHD, lasst ein Follow da und ich werde heute eventuell auch streamen. Wenn ich heute nicht streamen werde, dann morgen auf jeden Fall. Aber worum es in diesem Video eigentlich gehen soll, ist, dass neue Informationen bezüglich Modern Warfare rausgekommen sind. Und zwar findet ja heute die Gamescom statt, die ganze Woche, ich glaube bis Samstag oder sowas. Und auf jeden Fall wird heute um 20 Uhr etwas revealed werden, heute auf der Gamescom bezüglich Modern Warfare. Das hat Infinity Ward schon bestätigt. Ich denke mal, dass es eventuell die Alpha von Modern Warfare sein wird, die wir dann testen können. Also Alpha bezüglich dem 2 gegen 2 Gunfight Modus. Also nicht dem normalen Multiplayer Modus, sondern nur bezüglich des 2 gegen 2 Gunfight Modus. Denn es sind ja Gerüchte in den letzten Tagen rausgekommen, dass die Alpha eventuell schon bald rauskommen soll, bevor die Beta auch starten wird. Und wir werden sehen, ob sich das heute bewahrheitet. Eventuell mache ich heute Abend auch einen Livestream zu dem Livestream, der heute um 20 Uhr beginnt. Ich lasse euch da auch auf jeden Fall mal einen Link in der Beschreibung da. Denn heute um 19.30 Uhr findet der Livestream statt. Und das ist ein Gamescom Opening Night Livestream. Und der Link ist in der Beschreibung. Den Livestream könnt ihr auf Twitch, YouTube, Facebook, Mixer sehen. Und eventuell mache ich dazu auch nochmal einen Livestream. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das noch machen werde. Auf jeden Fall wird dann bestätigt oder wird dann das revealed, was revealed werden soll bezüglich Modern Warfare. Ich denke mal, dass es dann wirklich die Alpha ist. Und es sind zwei neue Maps rausgekommen. Beziehungsweise zwei neue Leaks zu neuen Maps. Und zwar kennen wir ja bis jetzt schon Pine, Stack und King. Das sind die 2 gegen 2 Gunfight Maps. Und gestern Abend sind dann noch zwei zusätzliche Maps geleakt worden. Einmal ist das Speedball. Das ist so eine Paintball Map. So eine kleine Paintball Map. Sieht so ein bisschen so ähnlich aus. Und Docks. Und Docks sieht meiner Meinung nach genauso aus wie London Dogs. Also beziehungsweise fast identisch. Die ganzen Farben, die Häuser und im Hintergrund die Kräne und so weiter. Das sieht genauso aus wie London Dogs, finde ich. Und das sind beides 2 gegen 2 Gunfight Maps. Und diese Maps sind aufgetaucht auf einer Karte, die gewisse Content Creator schon im Juli zugeschickt bekommen haben. Und zwar kann man diese Karte mit der Snapchat App einfach einscannen. Beziehungsweise du musst drauf filmen und dann öffnet sich so auf Snapchat so ein holographisches Ding, wo die Maps so angezeigt werden. Beziehungsweise die Bilder der Maps angezeigt werden. Und gestern hat sich das Ganze aktualisiert. Und wir haben jetzt zwei neue Maps dort zu sehen bekommen. Wie gesagt, einmal Speedball und einmal Dogs. Also bewahrheiten sich die Gerüchte immer mehr und mehr, dass wirklich eine Alpha zu dem 2 gegen 2 Gunfight Modus rauskommt. Wir werden heute sehen, ob sich das bestätigt. Um 19.30 Uhr fängt der Livestream an. Und um 20 Uhr beginnt der Reveal, den Infinity Ward für uns parat hat. Und dann werden sie heute um 20 Uhr das Ganze bekannt geben. Der Livestream, wie gesagt, zum Event findet ihr in der Beschreibung. Und nicht vergessen, mir auf Twitch zu folgen. Der Link ist auch in der Beschreibung. Ich würde sagen, dann lasst auf jeden Fall noch ein Like da auf dem Video, falls euch das Video gefallen hat. In nächster Zeit werden auf jeden Fall noch einige Videos bezüglich Modern Warfare kommen. Ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.